was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Survivor. So wir haben jetzt hier den Raum gecleared. Es ist übrigens völlig egal wo man anfängt, weil man muss so oder so gegen alle kämpfen. Danke. Ach, hier ist es, hier kommen wir, natürlich kam der erst hier, naja. Fähigkeiten haben wir neue? Nein. Nein. Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Erstmal ausruhen, damit wir wieder voll Leben sind und voller Heilung. Naja, das sieht schon mal ganz anders aus hier. Das wär nett. Zu früh gefreut. Ich nehme irgendwie die Toren. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Wir müssen sie ausschalten. Und wie? Holla. Das ist ja super optimal gelaufen. Aber das Ding ist da. Das war mies. Holla. Autsch. Autsch. Oh. Bye. Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Caters. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Mach endlich was. Holy shit! Das ist aber ne miese Echsen, Alter! Aus, aus, aus! So, jetzt kämpfen wir auch mal mit zwei. Zwei Schwerter kann man es wieder halten, okay. Sehr beeindruckend! Das ist so bekriegt! Und leuchte nicht weg, genau wo ich dich haben will! Ich spiele gerne mit meinem Echsen! Aus, der ist mies! Ich spiele dich wie ein Jüngling! Halt! Halt! Holy shit! Masana! Du warst ein Jedi, Ritter! Bevor du den Orden verraten hast! Dein Name lautete Masana Tide! Also ja! Es ist Zeit, dich zu befreien! Das war heftig! Jetzt kann ich auswählen, für was das sei! Ah, okay! Gut zu wissen! Äh, was hat die Zeit? Wir haben noch Zeit! Das war aber alles ziemlich defekt! Muss man sagen! Das ist nett, dass wir da durchdürfen jetzt ohne Feuer! Aber wir können hier auch wieder meditieren! Was auch dringend notwendig ist! Weil, genau! Wir haben Fähigkeiten! Wir haben eben überleben! Jetzt machen wir mal Lichtschwert! Einschwert! Zwei Schwerter! Abstandssieb! L1! Und dann! Blocken! Und Viereck! Okay! Ausruhen! Blocken! Und dann! Na, vielleicht geht es hier einfach nicht! Weil ich keinen Angriff... Ach, ne! Weil ich nur ein Schwert hatte! Okay! So, hier können wir speichern! Können wir hier entlang! Nein! Von da kamen wir! Ist hier irgendwas Schönes! Das hat keiner gesehen, dass ich wieder zurückgegangen bin! Das existiert gar nicht! Ja! Ist doch gut! Oder war es doch da richtig? Wo müssen wir hin? Vielleicht sehen wir das da so! Scan! Dann nicht! Augen nach oben! Alles klar! Was soll ich hier aktivieren? Das sehe ich genauso! Aber warte mal liebe Leute! Ist hier ein Secret? Das ist gut! Na! Gut! Es wird sprickelt! Gut! Ah! Wie ein Profi! Jetzt hätten wir nie was anderes gemacht! Ja! Lass uns hier! Ich bin bereit für dich! Jetzt hole ich den Tod! Führ raus! Ich hab mich! Großartig! Zulch werden es gewählt! Ich brauche keine Herausforderung! fieskatzpunkt erhalten sehr schön was habe ich jetzt hier gemacht als ich wusste dass ich hier hoch muss aber irgendwie wollte das sein ich wirklich benutzen und ich nix ließen warum fühlt sich ein bisschen an wie ein schadetes game und dann kann ich einfach weg Zeiten der dem 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 issegoку so der hange ist nicht so weit hier rein hier ist ähnlich weitergehen ich denke nicht ich muss sagen es gibt kaum sequels ohne die ziel sind so gut dass sie nicht bei der lebt dank dieses verrückten grundaktions ist verletzt ich schaff schon was ist mit der inquisitorin tot tot aber gab es und die zwillinge ich hätte sie wussten worauf sie sich einlassen das stimmt wir müssen nach oben und die infos und so ehren wir die gefallenen du hast recht ja auf die schiffe jetzt go bd nicht der service den ich erhofft hatte bravo gibst du rückendeckung bin dabei okay ich ziehe das feuer auf mich okay wenn sie weg sind zahlen wir es ihnen zurück gerne wir sehen uns schrotz am lahn wir sehen uns das ding ist halt ich denke mal hier wird das speicherpunkt gewesen sein ich hoffe es hat euch spaß gemacht support ist kein mod ihr wisst ja wie es läuft bis zur nächsten folge haut rein abяет also ab aucun ab 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 o ab ab und ab Bis zum nächsten Mal.